Ja, liebe Freunde, das ist die erste Sendung im 2017. Lifestyle TV präsentiert Lamberts die Facebook-Sendung und natürlich auch die Sendung für das Social Media Netz. Dr. Hermann Bübecker, ich hoffe, Ihnen geht's gut. Dankeschön. Hier auf der ArtColonne ist man so inspiriert, weil es so viel ausgesprochen fantastische Kunst gibt. Und da muss man gute Laune haben. Da wollte ich gerade fragen, was hat Sie motiviert, hier aufzuschlagen? ArtColonne, das VIP-Opening, das ist ja das Opening, bevor es öffnet. Wie wichtig ist das für Köln, für die Stadt und wie wichtig ist die Kunst auch für Sie? Also eine der größten Kunstmessen der Welt, den Köln zu beherbergen, ist sicherlich für Köln ganz besonders großartig. Und wir mit unseren Wirtschaftsprodukten, süßen Produkten, versuchen immer wieder Brücken zu schlagen. Nicht nur von Wirtschaft zu Politik, sondern auch in anderen Bereichen zu Mode, aber auch zu Kunst. Und ich denke, es ist wichtig für einen Unternehmer heute, sich breit aufzustellen, zu kommunizieren im Netzwerk, in den verschiedensten Bereichen. Und da ist Kunst sicherlich wichtiger denn je. Passend jetzt der Übergang auch zu der Ampha-Gala, das ist ja die größte Charity-Organisation. Sagen Sie doch noch ein bisschen was zu der Ampha. Ja, also es ist schön, wenn man nicht nur Produkte herstellt, sondern wenn man auch sich für einen guten Zweck einsetzt. Denn man kann der Gesellschaft was zurückgeben. Und ich bin nun schon 20 Jahre sozusagen Supporter bei der Ampha, mittlerweile Co-Chair. Die Ampha hat mir neulich geschrieben, ich bin derjenige, der am längsten dabei ist und jedes Jahr mithilft, dass viel Geld zusammenkommt. Letztes Jahr waren es 30 Millionen Euro an einem Abend und viele Stars wie Leonardo DiCaprio usw. haben den Abend unterstützt. Und es geht nur um den guten Zweck an dem Abend. Es geht um den Kampf gegen Aids. So wie es auch bei Elton John und bei anderen Events ist, hier geht es Kampf gegen Aids. Und ich freue mich darauf, dass wir anlässlich der Filmfestspiele wieder ein ganz großartiges Event werden. Jetzt könnte man denken, sie ruhen sich aus und man entspannt sie. Aber das ist nicht der Fall. Es geht direkt weiter. Nämlich einen Monat später gibt es das Top-Business-Netzwerk der Welt. Was ist das für ein Netzwerk? Wer trifft sich da? Ja, es ist schön, dass man auch in der Welt, in der man lebt, in der Wirtschaft, Summits zusammentreffen hat, bei denen die größten Hersteller der Welt und die größten Produzenten der Welt zusammenkommen. Und das nennt sich World Consumer Goods Forum. Letztes Jahr war das in Südafrika und wir hatten das Glück mit Lamberts dort eine tolle Nacht zu veranstalten. Und das war auch schon in Tokio, das war schon in Shanghai. Wir selber haben in New York und in Paris auch schon Veranstaltungen während des Consumer Goods Forum gemacht. Und nun werden wir im Juni eine solche Veranstaltung selber in Berlin ausrichten dürfen. Das ist toll, wenn die Chefs der großen Unternehmen weltweit nach Berlin kommen. Und da wird es den Lamberts-Abend geben und wir freuen uns schon drauf. Die stehen für viele Milliarden und für Hunderttausende von Mitarbeitern, wirklich Hunderttausende von Mitarbeitern. Wenn ein Chef von Walmart und von den großen Ketten da ist und von L'Oreal, die machen auch einen großen Abend da. Und das ist sehr, sehr schön und Wirtschaft ist eben das, wo wir herkommen. Und wir sind eben nicht nur in Hollywood oder in Cannes, sondern wir sind auch da zu Hause, wo wir unsere Produkte herstellen. Und das ist die Wirtschaft. Bei so viel PS könnte man sagen, ist das Pferdestärke, ist das die Power, die Pferde mitbringen, dieses galoppartige, wie sie durch das Jahr reiten. Es geht weiter, passend jetzt zu der CHIO. Es ist das größte Reitturnier, was wir hier haben. Letztes Jahr König und Königin aus Schweden. Wer wird dieses Jahr erwartet? Ja, also Sport ist natürlich etwas, wo wir gerne auch als Unternehmen Flagge zeigen. Und das Aachener Reitturnier ist das größte der Welt. 230.000 Zuschauer von Dienstag bis Sonntag, das ist schon unglaublich. Und Lamberts ist einer der großen Sponsoren. Die Medianacht zur Eröffnung ist auch sehr stark von Lamberts mitgetragen. 1000 Gäste und es ist ein großes Event. Ja, und was man sagen kann, dieses Jahr ist die Niederlande sozusagen das Partnerland, was letztes Jahr die Königin von Schweden und der König selbst auch demonstriert haben. In Aachen wird in diesem Jahr die Niederlande sein und ich freue mich schon auf diesen Abend. Und da steht der Sport im Mittelpunkt. Aber vor diesem Ganzen haben wir noch ein ganz tolles Event im Springerhaus in Berlin. Und zwar haben wir das Glück am 15. Mai, das ist jetzt das nächste Event, zur internationalen Superbrand gewählt zu werden. Und das ist natürlich ganz toll als Superbrand, als mittelständiges Unternehmen weltweit ausgezeichnet zu werden. Und da gibt es glaube ich nur drei Unternehmen der Konsumgüterbranche, drei oder vier. Und wenn man eine Wirtschaftsauszeichnung bekommt, ist das immer noch sehr wertvoll, weil am Ende all das, was wir machen, auch das Charity Engagement, ist getragen von der Aktivität, die hinter den Produkten steht. Und wenn man dann Superbrand wird, ist das wunderbar. Das schon mal für die Halbzeit 2017, für diese fantastischen Lambert's Events. Jeden Monat gibt es was eigentlich von Quartal zu Quartal. Und man darf gespannt sein, wie es auch nach der Halbzeit weitergeht. Das ganz exklusiv hier von der Art Cologne, von dem VIP Opening. Vielen Dank fürs Zuschauen, schickt uns gerne wie immer ein Like oder kommentiert was. Danke!